Kennst du das Gefühl, dass deine Wohnung irgendwie zeitlich begrenzt wirkt? Alle paar Monate überkommt dich die Langeweile über deine Einrichtung und trotz Versuchen, es mit den neuesten Trends zu verändern, bleibt das Ergebnis irgendwie immer unbefriedigend? Dies könnte daran liegen, dass deine Einrichtung nicht zeitlos gestaltet ist. In diesem Video zeige ich dir, wie du dieses Problem ganz praktisch angehen und deinem Wohnraum einen zeitlosen Touch und Stilklarheit verleihen kannst. Du bist hier bei Avita Home, ich bin Johanna, viel Spaß beim Video. Wir starten mit dem ersten und wahrscheinlich wichtigsten Punkt beim Thema klassischen Design. Den Grundstein für ein zeitloses Design kannst du mit einer neutralen Farbpalette setzen. Dazu gehören weiß, grau, schwarz und beige. Neutrale Farben schaffen nicht nur eine beruhigende Atmosphäre, sondern dienen auch als perfekte Leinwand für kreative Akzente, die man viel einfacher austauschen kann als zum Beispiel farbige Wände oder Möbel. Beziehe auch natürliche Elemente in deine Designpalette mit ein, wie Holz, Stein oder Marmor. Holz und Stein bilden hier die Grundlage, während Marmor für subtile Eleganz sorgt. Natürliche Elemente verleihen deinem Zuhause Wärme und Charakter, schaffen eine Verbindung zur Natur und lassen dein Zuhause zeitlos wirken. Wenn du jetzt noch auf natürliche Materialien setzt, wie Rattan, Holz und Lein, bringst du nicht nur eine gewisse Textur, sondern auch eine Gemütlichkeit und Wärme in deine Wohnung. Außerdem schaffst du damit eine sehr einladende Atmosphäre. Der nächste Tipp für ein klassisches Design ist, setze auf klare Linien und einfache Formen. Das sorgt für Struktur und gibt im Raum eine aufgeräumte Optik. Das bedeutet nicht, dass es langweilig sein muss. Verschönere, neutrale Möbel mit modernen Deko-Elementen, wie zum Beispiel modernen Kissenbezügen auf dem Sofa oder Bett oder modernen Bildern oder auch Spiegeln. Das verleiht deiner Wohnung eine frische und aktuelle Note. Der fünfte Tipp lautet, investiere vor allem bei den großen Möbelstücken, die man nicht ständig austauschen wird, in zeitlose Designs, wie zum Beispiel in ein klassisches Sofa oder einen schönen, robusten Coffee-Table aus Holz. Diese bilden schließlich das Herzstück deines Wohnzimmers und strahlen zeitlose Eleganz aus. Damit kannst du auf jeden Fall nichts falsch machen und vor allem vermeidest du, dass dir die pinke Couch nach wenigen Wochen oder Monaten schon wieder auf die Nerven geht. Eine beige oder graue Couch kann mit geradezu allen Farben kombiniert werden und auf einem schönen Holz-Coffee-Table kommt jede Blumenvase zur Geltung. Also nichts gegen pinke Sofas, das kann natürlich auch total toll aussehen. Am Ende des Tages muss es euch gefallen. Tipp Nummer 6 ergänze deinen Wohnraum mit einem neutralen Teppich, der nicht nur den Raum definiert, sondern auch eine gemütliche und einladende Atmosphäre schafft. Ein zeitloser Teppich, auf dem zum Beispiel das Sofa und der Couchtisch stehen, verbindet diese Elemente im Raum und lässt sie harmonisch ineinander übergehen. Das ist übrigens auch ein Design-Trick. Wenn ihr in ein Möbelhaus geht, werdet ihr kein ausgestelltes Wohnzimmer sehen, bei dem der Teppich nicht unter allen dazugehörigen Möbeln liegt, sprich Sofa, Tischstühle oder Sessel. Der Teppich verbindet nämlich diese Möbelstücke und macht daraus ein einheitliches Design, welches unsere Augen als sehr angenehm empfinden. Der nächste Tipp für ein zeitloses Design lautet, setze auf Qualität und Handwerkskunst bei der Auswahl deiner Möbel. Handgefertigte Stücke werten die Wohnung auf und verleihen ihr eine einzigartige Note. Außerdem gewährleistet die Qualität auch Langlebigkeit und zeitlose Schönheit. Integriere zum Beispiel Vintage mit antiken Möbelstücken, um deinem Zuhause eine nostalgische Note zu verleihen. Man kann solche Schmuckstücke auch sehr gut in Antiquitätengeschäften oder auch auf Flohmärkten finden, zu einem bezahlbaren Preis. Du kannst auch mit der Kombination von Alt und Neu ein bisschen spielen. Das kreiert einen faszinierenden Look und die Mischung verleiht deinem Zuhause nicht nur Individualität, sondern schafft auch eine zeitlose Erscheinung. Der nächste Tipp ist so einleuchtend und dennoch manchmal schwer umzusetzen. Halte dein Zuhause so gut wie möglich frei von Chaos und Unordnung. Ordnung sorgt für Klarheit und ermöglicht es, den zeitlosen Design-Elementen im Mittelpunkt zu stehen. Wenn du Tipps brauchst, wie du Chaos in deiner Wohnung vermeiden kannst, schau einmal gerne hier oben in dieses Video. Bring die Natur in dein Zuhause mit Pflanzen. Grüne Akzente schaffen nicht nur eine erfrischende Atmosphäre, sondern verleihen deinem klassischen Design auch eine zeitgemäße Lebendigkeit. Wenn du Pflanzen aussuchst, achte auch darauf, dass sie für das bestimmte Zimmer, wo du sie platzieren möchtest, geeignet sind. Mit einigen Pflanzen kannst du auch die Luftqualität verbessern. Die Sanseviera ist zum Beispiel gerade fürs Schlafzimmer gut geeignet, weil sie nachts Sauerstoff produziert und dabei hilft, die Luft zu reinigen. Der Boston-Nafan ist ein ausgezeichneter Luftbefeuchter und daher speziell in trockenen Räumen, zum Beispiel im Wohnzimmer, sehr nützlich. Und Efeu hilft dabei, Schadstoffe aus der Luft zu filtern, die zum Beispiel beim Kochen in der Küche entstehen. Es ist natürlich auch wichtig zu beachten, dass die Luftqualität nicht nur von den Pflanzen, sondern auch von anderen Faktoren wie Belüftung, Reinigung und Vermeidung von Schadstoffquellen beeinflusst wird. Es kann auch von Vorteil sein, mehrere Pflanzen in einem Raum zu platzieren, um ihre luftreinigenden Eigenschaften zu maximieren. Hier kommt der zehnte Tipp für ein klassisches Design. Wenn du gerne mehr Muster in deine Wohnung einbinden möchtest, verwende vor allem klassische Muster, die deinem Zuhause Charakter verleihen. Von Damask über Polkadots bis hin zu Vintage Botanical Prints, Stripes, Ikat und Chevron. Diese Muster sind zeitlose Klassiker, die nie aus der Mode kommen. Genauso verhält es sich mit klassischen Farben. Klassische Farben wie Dunkelrot, Dunkelblau und Dunkelgrün verleihen deinem Zuhause Tiefe und Wärme und bringen eine raffinierte Eleganz und zeitlose Schönheit in jeden Raum. Mit der Rule of Thirds kannst du auf die Balance im Raum achten. Platziere dafür Möbel und Deko-Elemente so, dass sie eine harmonische Ästhetik schaffen und das Auge angenehm durch den Raum führen. Dafür werden immer ungerade Zahlen zu einer Einheit gemacht. Also drei oder fünf oder auch mehr Teile bilden eine Einheit. Auf diesem Bild wird die Regel, glaube ich, sehr deutlich. Unser Auge nimmt die Komposition als sehr ästhetisch und stilvoll wahr. Wir kommen zum vorletzten Tipp für ein zeitloses Design in deiner Wohnung. Vermeide spontane Over-the-Top-Käufe. Also besonders trendige oder auch übergroße Käufe, die man spätestens nach einer Woche beruht. Setze stattdessen auf zeitlose Investitionen, die sich nahtlos in dein Design integrieren lassen und auch in Zukunft relevant bleiben. Wenn du aber doch einen Artikel siehst, der zu der Kategorie Over-the-Top gehören könnte und du diesen unbedingt haben möchtest, kommt hier noch ein Tipp. Verwende die 48-Stunden-Regel. Warte hierfür 48 Stunden und überlege in dieser Zeit, ob du den Artikel wirklich haben möchtest. Messe den Artikel und die Stelle, wo dieser in deiner Wohnung stehen soll, unbedingt aus und versichere dich, dass diese auch langfristig in deine Wohnung passt. Bei großen oder sehr teuren Anschaffungen würde ich sogar die 30-Tage-Regel anwenden. Wenn dich der Artikel auch nach 30 Tagen noch nicht loslässt, go for it! Last but not least meiner Tipps für ein zeitloses Design ist eine Galeriewand mit zeitlosen Kunstwerken oder Fotos. Eine Galeriewand erzählt Geschichten, sie verleiht Räume, eine persönliche Note und spiegelt auch deinen individuellen Charakter wider. Gerahmte Bilder von dir, deinen Freunden, deiner Familie oder deinen Reisen, vielleicht sogar in schwarz-weiß, macht auch definitiv immer was her. Gäste werden darüber ins Gespräch kommen wollen und mehr von dir und deiner Persönlichkeit erfahren. Du kannst die Gallery Wall auch mit Vintage-Kunstwerken verschönern oder erweitern, um den Raum eine nostalgische Note zu verleihen. Das war ein kleiner Rundgang durch die Welt des Timeless-Home-Designs. Ich hoffe, diese Tipps und Ideen haben dich inspiriert, deinem Zuhause einen zeitlosen Touch zu verleihen. Wenn dir das Video gefallen hat, hinterlasse gerne einen Daumen nach oben, abonniere den Kanal und teile deine eigenen zeitlosen Design-Ideen in den Kommentaren. Alles Gute und bis bald, deine Johanna.